Nach dem Scannen eines Dokuments müssen Sie die Datei möglicherweise bearbeiten, bevor Sie sie an eine andere Person weitersenden können. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre gescannten PDF-Dateien innerhalb weniger Sekunden bearbeiten. Dazu importieren wir zuerst ein gescanntes PDF. PDF Element benachrichtigt Sie nun darüber, dass Sie gerade ein gescanntes Dokument öffnen und schlägt Ihnen das Ausführen von OCR vor. Klicken Sie nun, wie vorgeschlagen, auf OCR durchführen und stellen Sie sicher, dass Sie die Option für bearbeitbaren Text auswählen. Falls Ihr PDF in einer anderen Sprache vorliegt, können Sie weitere Sprachen hinzufügen, indem Sie hier auf Sprachen ändern klicken. Sie können dieses Kästchen aktivieren, um mehrere Sprachen auszuwählen. Klicken Sie dann auf OK, um das Fenster zu verlassen. Drücken Sie erneut auf OK, um mit OCR zu beginnen. Sobald das OCR abgeschlossen ist, können Sie den Text wie in einer normalen PDF-Datei auswählen und bearbeiten. Mithilfe der Bearbeitungsfunktion von PDF Element können Sie so Fehler beheben oder Nachbesserungen vornehmen. Wenn Ihnen diese Anleitung weitergeholfen hat, schauen Sie sich die anderen Videos im Kanal von PDF Element online an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!